Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Grandia 2. Weiter geht es. Ab. Ab in den tieferen Dungeon. Durham Cave. Oh, was sind das denn für Teile? Er hat den ganzen Weg hierhin geschafft. Er war gut, um hier alleine hinzukommen. Sag, ist das nicht... Sind das nicht Monster da drüben? Nein! Er ist der, den wir resten. Ihr habt nervige Geräusche. Ihr müsst sterben. Damit ich euch nicht mehr ertragen muss. Na, was könnt ihr? Am besten, ich cancel dich. Ihr habt viel Leben. Sepp! Hehehe. Euer Fehler, zu einem hinzugehen. Das ist euer Fehler. Hello, but don't touch. Ich liebe diesen... Diesen Satz. Aua. Tensaken... Slash. Slash. Bam. Und weg ist er. Der Cancel... Oh, oh. Oh, 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 oh. Nein! 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 Oh, hey, wie fühlt das denn? Der lebt immer noch. Proviant. Wie viel HP? 400. Kann ich gut gebrauchen. Und Salbe. Ja gut, du bist wieder wach. Du konntest nicht sie angreifen. Was hast du da fallen gelassen? Was hast du fallen gelassen? Und ich spucke meinen Pappschutz an. Und ich spucke meinen Geräuschschutz. Puh, wir leben erst Level 14. Ein Mana-Eck, ja. Ein Mana-Eck ist gut. Vielen Dank. Ich danke euch vielmehr... Ich danke euch für meine Rettung. Du musst... Was heißt Regret? Was heißt Regret? Weiß ich nicht. Kann ich nicht übersetzen. Du solltest nicht hier sein, Kind. Geh... Geh nach Hause. Was ist mit euch zwei? Was macht ihr hier? Was? Wir reiten das Land auf der Pest. Wirklich? Dann bitte, nehmt mich mit. Moment mal. Wir sind... Wir sind nicht... Äh... Dick hier. Wörter, die ich nicht kenne. Verdammt. Geh nach Hause. Das andere kann ich erst nicht übersetzen. Wer Englisch kann, kann... Ist gut. Ich will nicht gehen. Ich spiele nicht herum. Ich kann nicht... Ich kann das... Medaille... Die Medaille nicht verlieren. Das ist die letzte... Die letzte Sache, die meine Mutter mir entlassen hat. Gut. Was? Wenn du sie triffst, dann... Sag... Dann erzähl ihr... Sie hätte dir... Eine normale Sache... Ich hätte lassen sollen. Es ist wichtig. Ich kann es nicht... Verlieren. Und keine Umständen. Ich will... Absolut. Er hat es zurückbekommen. Hm. Du bist so süß. Ich habe entschieden... Wir nehmen dich mit. Millenia. Du kannst... Du entscheidest immer etwas oder was? Nein. Mein Name ist Millenia. Was ist... Deiner? Ich bin Rohan. Vielen Dank, Miss... Millenia. Hey, hey. I don't want any part... Warum... Sag ich das... Auf Englisch? Hey, hey. Ich will kein Stück von diesen. Da ist ein... Schwerer Weg. Vorne. Er wird nur eine... Würde sein. Für dich. Für dich. Ich bin so glücklich. Ryodo. Bist du besorgt über mich? Du bist ein guter... Mann. So schwach... Was heißt frail? Was heißt frail? Hm. So schwach und ängstlich. Ich bin... Und... Ich bin... Ich weiß nicht, was frail heißt. Ich werde dir zeigen, dass ich... Das Kind beschützen kann. Wir werden... Uns geht's gut. Richtig? Ja. Ich werde euch keinen... Ärger machen. Was machst du da? Schwach und... Uhu. Vergesst nur nicht... Ihn zu füttern. Und... Weg zu sein... Hm. Ich weiß nicht, was Litter heißt. Zweimal am Tag. Hey. Was? Waterworks? Da ist ne Zahnfee. Richtig? So. Ihr nehmt mich mit. Für nun. Aber wenn du uns verlangsamst... Oder... Nur... Wie rum ärgerst. Dein Hinter... Wird... Äh... Den restlichen Satz kann ich nicht übersetzen. Was heißt skipping down? Was heißt das? Verstanden. Gut. Weiter... Da geht's zurück. Da will ich nicht hin. Da muss ich hin. Fiese Falle. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich habe mich an eine Falle erinnert. Aber bin ich an zwei. Ups. Ich habe was vergessen. Ich mache mal einen Zapp. Wusste ich's. Wo ist das? Mist. Verdammt. Haha. Zapp. Jetzt wird gesappt. Zwei sind tot. Was machst du da? Achso. Er war dran. Cool. Ja. Die Schlangen nerven. Schlack. Gut. Du bist noch angekommen. Zack. So. Die Schlangen sind wieder mal Geschichte. Hier mache ich dann einen Cut und bis zum nächsten Part. Vill du Rolex hat gegen den. Herwander Herr hat ihn erst 벗 ello. dir war das granï genial. Ich habe es mit dem Wohlmann Ohn den, Herr Tor. Ja, beszust das vor.